Genau, genau, so wird's gemacht. Damit's gemaule, dass du auf YouTube bist. Das Gemaule kann ruhig rinnen, das ist real. Das gehört dazu bei den Kanälen. Ja, das jetzt gemaule. Das langweilige jetzt gemaule. Das langweilige nach gemaule. Genau. Das heut' ich schon an geluscht mir. Das heut' ich schon an geluscht mir. Das gemaule. Alter, brutal. Ich war richtig pissig dabei. Ich weiß nicht, wann ich das... Ob ich das noch gemacht habe, warum? Ja, er hat sich richtig gefreut zu werfen, ja. Hat er mich getötet? Virginia getötet? Sämtliche NPCs getötet? Ich fasskei Granate mehr an, in dem Spiel. An. Jo, da kommt die Granaten, Hurensohn. Der hat eine Granate für Emo 800 Meter. Das passt so gut. Was? Überrasch eine Grenade. Der passt grad saugut. Achso, die herrscht denn, schau. Da kommt der Granaten, Hurensohn. Der werft seine Granate für Emo 800 Meter weit. So, wie haut du was? In ihm warst noch eins weiter hinten, ne? Ja, noch eins weiter nach hinten haben wir gebaut grad. Speichern! Ist hier der Boden? Nee, ich hab's gespeichert. Speicherhand. Alle zwei Meter speichern. Ich bin jetzt nur mal gespannt, wann sie wiederkommt. Ja, hoffentlich kommt sie wieder. Und ist jetzt nicht wirklich einfach tot, weil du gespeichert hutscht. Hast du gespeichert, als sie tot war? Nee. Nee, dann müsst sie irgendwann mal wiederkommen. Gott sei Dank mit, weil du hast mich schon zurückkommen lassen. Also eigentlich müsst sie kommen. Wollt grad sagen. Sie ist ja manchmal Zeit lang weg. Also theoretisch, eben war sie auch am Anfang noch mal lang weg, bis sie uns gefunden hat. Muss uns immer Emo finden. Ich hab mich auch gefreut, dass ich die Granaten geworfen habe. Das war ja das Problem an der Geschichte. Oh, war ich so böse. Oh, war ich so böse. Sie hat gefreut uns, als sie töten. Was macht er jetzt? Was war das? Hä? Das war wohl nicht eigentlich nicht. Geht das doch nicht nicht? Äh, oh. Was? War das so? Komm, ich kitterte jetzt, was wir da vorhören. Ja. Oh ja, es geht. Dazu. Dazu. Ja, die Öffnung war von Ove. Das letzte Mal auch schon. Sehr schön. Kann ich ewig schon so machen müssen. So. Lass den liegen, das ist mein Stock. Den hab ich festgepinnt. Dann glitsch. Damit man den nicht klauscht. Dann glitsch noch in. Dafür bin ich gut genug. Klar, war es. Oh, nö. Selber Haus, das soll, das mache ich wirklich, das soll spule ich in vierfacher Geschwindigkeit vor. Mit dämlicher Musik. Ich hab's noch hier. Ich hab's noch hier. Ich hab's noch anziehen. Ich hab's noch hier. Ich hab's noch hier. Ich hab's noch hier. Chegier die. Ich hab's noch hier. Nommo, das hat doch nicht gelang. Ich bin einfach weggeschmissen. Ey, 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 was soll das jetzt? Oh nein, bitte nicht, wir brauchen die Schlitsch. Aber nur so lange, bis unsere Hütte wieder steht und dann gut. Bis das steht, was wir heute, bevor wir angegriffen sind. Was ist denn jetzt so? So? Da kommt der Granaten-Uhen-Zohn und werbt die Granate per Emo 800 Meter weit, weil er so arm hat. Ich habe mich total gefreut, mit den Granaten da zu werfen. Du tötest mich danach im Respawn, das ist sau mies. Da muss man aufpassen, ey. Ja, also du hast mich dann im Respawn, also du hast mich in diesem Wiederbeleben-Ding getötet. Ich werde noch ein paar halbe rumfliehen. Sind die alle hin? Das ist jetzt der Zeitbonus. Und der Bonus, dass die Bäume noch um uns rumstehen, die nehmen wir A mit, weil wir eben noch weiterbauen müssen. Das ist jetzt die Zeit, die wir gebraucht hätten für das normal weiterzubauen. Das war doch irgendwo noch ein halber. Ja, da. Schöne Idee für das Hamt, ne? Was? Das, was Tim geschrieben hat. Achso, ich kann gerade nicht mitlesen. Ich schaue dir kein Chat. Achso. Ah, sehr geil. Das funktioniert da. Achso. akribisch noch genau so wie man es heute machen es war gut das war mega die hütte holz 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 ach wie schön war ich so wie es jetzt geht es noch mal schon gar nichts gemacht ich will gerade mein ding so muss entfällen oder haule einfach einer von denen hier irgendwo heute weiter weg doch von den treppen was mein glitschbaum geklaut so scheinen noch eins schlande doch jetzt in der mit kaputten schlade kaputten mit mit holen mit ich hab's immer noch in der hand jetzt geht's da ist er da ist er Virginia ach da läuft sie rum ja genau immer mal danke fürs aloe vera das habe ich schon immer gesteckt aufzuheben ach man ich bin ein trottel ich wollte dir was geben oh was ist du riff weg weil ich hab noch einen ich müsste mir überfahren ich hab jetzt ihren badeanzug in meinem repertoire ob ich den anziehen kann wie kann ich ihm hier was geben auf e ja dann ziehst du doch den tarnanzug dann darfst du anziehen tarnanzug so sehr geil Virginia ist wieder da ich speichere das ganze ab ich hab jetzt keine Nerv hier nur zu lagen und mein Mann auch nicht anamol anamol ist gerade schlecht weißt du das was mir gerade alles auf uns nennen du dass es dich wieder gibt ah wenig kann man den boden jetzt nur gerade platzieren das konnte ich vorhin nämlich nicht oh bin ich so froh über die hütte steht wieder und in rekordzeit und in rekordzeit ich war richtig böse ich war richtig richtig böse ah so gut das war's das war's ausgemacht nie mehr an ey der beste das kann mir richtig sowas kann mir richtig zu spiel Spaß zu zerstören das ist das egal das Spiel ich kann doch richtig kräzig gehen ha 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 hä feuer frei alter ist das ein geiles spiel wir rennen mal rum mit unserer 60 Baumstämme ey komm das das war jetzt das haben wir uns jetzt wirklich verdient gehabt ja es war mies mies war mies was soll man doch wirklich zu machen wo wo du jetzt grad zu wachst ich hätte hier so ein ganz ja oder ich hätte es nur oder dann hast du was in der Mitte bis die großstückiger oben hier also ich hätte es hier hier noch im Balken hingemachen ok ja soweit waren wir Ewe noch nicht ach so naja gut ja haben wir den Boden schon gesessen und wir waren wir nicht soweit nee wir waren noch nicht soweit jetzt sind wir genau wieder auf dem Stand von Ewe ach immerhin so das älteste was jetzt verloren ist durch die Aktion des Maitana ja ja es ist weil das Spiel halt abgespeichert hat von dass ich ihr den Pannanzug gen haben weil ich heute ja gespeichert ja der ist jetzt verloren naja ist halb so wild ja ich hätte ja eh ihr gen nächstes Mal die Knarre ja der war auch im Gegend der hat sich wirklich gar nicht verpisst der war wirklich in euch drin und hat dann gesagt ach komm doch werf doch deine Granaten was hat der gesagt das hat der zu mir gesagt ja er hat unbedingt gewollt dass der schießt haha der war doch geil drauf warum kann ich das hier nicht hinsetzen warum geht das denn nicht derzeit ging es doch auch warum kann ich das jetzt hier nicht machen derzeit geht es nicht ach ich kann hier den Balken nicht hinsetzen es geht nicht derzeit geht es der nicht weil weil ne weil die Treppe da ist war die vorhin ja die war doch vorhin auch schon da oder nicht wir holen das doch eben nicht eben waren da in der Mitte weiter auf ja warum kann ich den dämlichen Drecksbalken da jetzt nicht hinsetzen wir hätten jetzt auch auf mit Holz mit Holzstammglitschen jetzt sind wir nochmal so weit wie vorher mach ich doch gar nicht mehr ich habe schon längst aufgehört ich habe schon längst aufgehört ich habe schon längst aufgehört nicht die Bretter mach die weg bis an den fairen Punkt an dem wir eben waren genau da habe ich aufgehört kann ich alle Bretter hochkopen ganz ohne Liter Stamm mit dem ich es versuchen wollte warum geht das denn hier nicht es ist nacht ich sehe nichts kann ich den nicht weg machen den kann ich auch nicht weg ah wir brauchen ich sehe nichts kann man Lens kurz schlafen kann ich ja gerade speichern ja und schlafen oh war das so akkord bauen ey ich will die Treppe da noch fertig bauen und dann äh guck mal ah ich will das hier ich brauche hier ich brauche zwei halbe wo ist denn der halbe machen wir den halbe machen wir den halbe ich kann jetzt keine Baumstämme mehr halbieren es gibt nicht da macht es nicht mehr ich komme ich komme jetzt ich komme bestimmt werde hier die Stützbalken fehlen so warum geht das nicht und kann ich stehen hier nicht wegreißen warum mit welcher begründung es geht mir warum macht man das jetzt auf einmal das letzte mal hat schon dahin im posten und da vorne kennen weil da vorne die sind ja unnädig ich kann nicht weg machen das ist mein problem auf der anderen seite kann ich doch auch gemacht dann mache es helfen am okra bitte die schwersten machen ja und jetzt der balken auf und rüber nicht doch er muss ja geht aber nicht na geht nicht die richtung das geht ja das so geht es mir hat sie hier ganz genau so aber hier geht er jetzt nicht mehr machen wir den schrägen weg geht nicht kann er nicht weg machen ach doch jetzt geht er jetzt kann ich die schrägen aber nicht mehr hinsetzen das geht doch nicht nachträglich musst du irgendwie gehen gehen wir auf und runter das ist auf der anderen seite gemacht warum gibt es nicht da geht es nicht schrägst ehrlich gesagt nicht warum das jetzt irgendwie er mit nur einer reihe ob es jener gefunden wenn ich ehrlich sind soll dann haben wir nur einer reihe fertig macht den westen ist weg weg damit weil da hat es hier unten so schön offen und großzügig ausgesehen ja funktioniert eben jetzt funktioniert nur links rechts jetzt nicht das war ja auch nur so am voran also hier oben quasi nur so ein so eine einer reihe drumherum echt ich hätte das eigentlich komplett gehabt aber okay funktioniert ja eh nicht also da geht es ja eh nicht was du jetzt gerade machst ist ja eh voll shit weil dann klatsch um den kopf geh die stufe ne ich hätte ja hier dann offen gelassen ich hätte ein komplettes zweite etage halt gebaut was nicht funktioniert weil ja müssen wir dann so machen ja ich bin so schön aber dann die treppe offener ist ich mag es nicht wenn die treppe vorne zwei stempel hat das sieht doof aus was macht ihr akkord bau ich verhungere und verdurchte gerade oh ja genau werf alles weg werf alles weg von dir so oh man ich war so gut gelaunt vorhin jetzt geht es noch mal aber trotzdem war sehr unnötig die aktion krass doch jetzt alles gut jetzt gibt es die schade noch ja es sind halt immer zehn stunden normal oder das machen normalerweise frauen na 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 so erdrehen voll da dreckwetter warum hast du eigentlich die ganzen holzdinger hier abgerissen was ich weiß nicht was ich finde die war ja eben auch alle abschatz ah die hatte man eben auch nicht eben war es ja auch nur eine terrasse ein vor hey gut dann machen wir nur eine terrasse raus jetzt könnte man noch überlegen ob man ernst noch lasst ja so dann können wir weiter hier das dach bauen heute nämlich aber können wir machen ja so gerettet gerettet und sorry für meinen kurzen nervenzusammenbruch aber wer mich kennt der liebt mich so und dann ist das auch schon in ordnung dann würde ich sagen lassen wir das ding so stehen machen wir die tage weiter ja lass mich mal bitte noch speichern und geh du bitte noch speichern ich hab grad gespeichert dann ist gut gut vergöttern ja die vergöttern dich genau so die rages die rages ich hab's auch wirklich bei jedem spiel zu ragen es gibt kein spiel wo ich nicht den rage packe so ein gut dann leute habe dir bei discord auch mal ein mail geschickt wegen dem spiel eventuell für sonntags ja habe ich gesehen habe aber noch keine zeit gehabt darin zu gucken mache ich alles bei gelegenheit meist auf der arme da habe ich da nicht mehr zeit für discord gut leid er war schön war ja noch eine schöne runde war auch leid noch dabei geil unsere unsere neue klippen villa ist jetzt wird jetzt glaube ich doch unser haupthaus scheiße auf unser haupthaus ich glaube mir das ist doch eskaliert noch ein bisschen das ist doch ziemlich fett das wird pornös ja das fort drumherum genau und da hinten kommt ein riesen bollwerk hin von dieser mauer aus hier rüber zu der anderen klippe ein riesen ball das halt auch niemand wirklich uns mehr hier überraschen kann vielleicht wir in die Richtung noch ein Stück über Dach dann kann man doch so trockenstelle drunter machen ja gut ei dann tschüss 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 tschüss